Aufregung in der Bundeswehr. Ursula von der Leyen's Kritik an der inneren Führung setzt sie selbst unter Druck. Treffen nach langer Pause. Angela Merkel stritt in Sochi mit Wladimir Putin über internationale Krisen. Und spannendes Duell. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und CDU-Herausforderer Armin Laschet im Spitzenduell vor der Nordrhein-Westfalen-Wahl. Das und mehr um 23 Uhr in Phoenix der Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017